Er kennt von klein auf nichts als Hass. Er ist gefährlich. Er hat Dinge in mir zerstört, die nie wieder heilen. Das ist es nicht wert. Ich habe das Gefühl, dass mein Körper in Creed I und das wieder auf Black Panther und wieder auf Creed II. Ich wusste, was zu erwarten, aber viel hartes Arbeit, eine Strict-Diet-Diet-Disklinie. Ich habe die Zeit in der Gym und nicht zu essen, die ich liebe, und das ist die End-Result. Das wird nicht mehr ein Ende. 101. Geht gar nicht, denn wir sind ein Team. Wenn ich dich gesehen habe, dass du gebetet hast, dein Gesicht ging in die falsche Richtung und dein Gesicht auch. Hast du niemals getötet? Ja, für sicherlich. Wir nehmen definitiv viele reale Bebetetungen während diesem Film. Bebetetetungen, Bebetetetungen auf die Hände. Das ist Teil des Prozess. Es geht durch die Hände auf Creed I und wieder auf Black Panther und wieder auf diese Hände. Es ist einfach ein Teil des Spiels. Und wir sehen uns darauf, weil wir sind kompetitiv. Und wir wollen sie sehen, wie real wie möglich. Wir wollen sie sein, wie eine der besten Fortschritte zu sein. Also, du gehst mit dieser Mentalität, was es braucht, um den Schuss zu bekommen. Runde für Runde, lernst du mehr über dich selbst. Und als ich im Ring stand, ging es nicht mehr nur um mich. Das ist auch eine Geschichte über ein Vater und ihr Son. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Und ich finde es sehr schön, wie das emotionalste Teil macht. Es geht nicht nur um Kampf, aber auch um Liebe. Ja, ich denke, das ist das mit dem Rocky-Franchise, mit dem Kree-Franchise. Es ist viel mehr als Boxing. Über die letzten 40 oder so Jahre haben wir eine Brand und eine Beziehung zu sein, dass es viel mehr als die Bronze sein wird, und es geht da und schlägt. Es geht nur um die physischen und emotionalen Herausforderungen außerhalb des Ring. Und dieses Film hat ein viel davon, emotional, mit Fathers und Sons, Fathers und Dauern, und Relationships, das ist ein viel. Zurzeit interessiert ihn einfach nichts. Mich eingeschlossen. Das musst du dir verdammt gut überlegen. Du hast Menschen, die dich jetzt brauchen. Ich nehme den Kampf an. Ich denke, wir sind Menschen, wie wir fühlen, wie wir fühlen, um bestimmte Dinge zu tun. Aber du musst einfach nachdenken, wie du kannst. Und nicht eine Emotionale Decision machen. Weil manchmal Emotionale Decisions werden dich in eine Situation, wo du nicht auskommst. Nichts? Immer.